Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute am Donnerstag, dem 19. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 749. Und heute habe ich die folgenden vier Themen für euch bereit. Connected Home over IP, Ikea 2.0, Twitter für iPad und Passwörter. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema, wo es um Smart Home geht. Und zwar ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Ich habe ja schon seit vielen, vielen Jahren verschiedenste Techniken in dem Bereich im Einsatz. Und ärgere mich immer wieder, dass die einzelnen Gadgets nicht untereinander kompatibel sind. Das ist so ein Unding, würde ich doch mal behaupten. Und da bin ich nicht alleine. Mittlerweile hat Apple bestätigt, dass sie zusammen mit Google, mit Amazon, ZigBee, wo ja unter anderem auch Samsung Things dahinter stecken. Wer ist da noch dabei? Signify, also Philips Lightning, Silicon Labs, Somfy etc. Alle die arbeiten jetzt an einem eigenen neuen Standard, der zum einen untereinander kompatibel ist, was ja logisch ist, der aber auch drastisch die Sicherheit erhöht. Das ist auch sehr wichtig, denn da im Bereich Smart Home gibt es ganz viele Einfalltörchen. Und ja, auch sonst, dadurch, dass das Ganze gegenseitig und untereinander genutzt werden kann, soll das natürlich auch dem Bereich Smart Home nochmals einen großen Boost geben. Die Frage ist nur, wann man da mit ersten Geräten auf den Markt kommt. Und vor allem auch, wie schnell das geht, denn ja, das könnte jetzt natürlich aktuell das Ganze auch ausbremsen, denn man möchte sich ja kein nicht kompatibles Gerät anschaffen. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen, zumindest in Anführungsschlusszeichen, Abwärtskompatibilität gegeben ist, sofern es natürlich nicht an der Sicherheit leidet schlussendlich. Auch Ikea hat bekannt gegeben, die sind übrigens auch in der Zigbee-Allianz drin, also somit auch da im großen Pot mit dabei, die zusammenschließen möchten. Die haben aber separat bekannt gegeben, dass sie an ihrer App arbeiten. Die Möglichkeit, über die App das Ganze zu steuern, sei anscheinend nicht ganz so einfach. Kann ich teilweise bestätigen, teilweise überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt nie Großprobleme gehabt mit der App. Sie könnte ein bisschen schicker ausschauen oder funktionieren, aber das sind natürlich immer Details. Auf jeden Fall wird es im nächsten Jahr ein grösseres Update geben. In diesem Jahr gab es ja schon das Rebranding der App und jetzt kommt eben noch der Funktionsumfang und die Art und die Bedienung, die da geändert wird. Wir dürfen gespannt sein und werden euch sicherlich auf dem lebessmart.ch-Blog darüber berichten. Twitter ist aktuell an seinen Apps am Schrauben für die diversen Plattformen. Das neueste Update gab es jetzt für das iPad, Apple Tablet. Und da hat man endlich den weißen Raum ausgefüllt, der jetzt ganz viele Monate rechts oder vor allem auf der rechten Seite bei Twitter zu sehen war. Jetzt schaut Twitter iPad App aus wie die Web-Version, also auf der rechten Seite dieses Zeugs, das zumindest ich nie beachte, selten bis überhaupt nie, bis auf das Suchfeld oben rechts. Aber ja, man hätte es anders lösen können. Zumindest ist es jetzt nicht mehr weiß. Das ist schon mal etwas. Mal schauen, wie das da dann weitergeht. Und zu guter Letzt haben wir noch die beliebtesten Passwörter 2019, jetzt mal von den Deutschen. Ich befürchte aber, dass das in der Schweiz und in Österreich nicht wirklich viel anders ausschaut. Was denkt ihr? Was steht an erster Stelle? Hier kurz Pause drücken und uns einen Tweet abschicken, einen DM oder ein Mail oder was auch immer, einen Kommentar hinterlassen. Und dann, ja, Endpausen, logischerweise. Und dann kommt die Auflösung. Ja, es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mein Gott, was seid ihr für... Ich spreche jetzt nicht aus da draussen. Aber an zweiter Stelle geht es weiter mit der gleichen Zahl und dann noch 7, 8, 9 oder 7, 8 dahinter oder einfach nur noch eine 7 auf Platz 4. Platz 5 ist Passwort und Platz 6 ist einige Male die Zahl 1. Ich glaube, 6 Mal, wenn ich das richtig hier sehe. Wenn ich mir so die Wörter da anschaue, die da drinstehen, dann hoffe ich doch, dass das Sprichwort gilt. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Die Statistik-Urheber möchten natürlich auch fleißig Erwähnung haben und somit wird das Ganze proaktiv gefördert. Nee, ich unterstelle denen nichts, weil ich es ja teilweise auch weiss, dass viele Leute, die mich anfragen für Support und Hilfe, dann kommen wir immer zum Thema Passwort und dann kommen eben solche Passwörter raus. Das ist einfach hässlich. Liebe, liebe Menschen da draussen, bitte, bitte, haltet ein bisschen Sorge zu euren Passwörtern und nehmt die Passwortmanager oder halt auch sonst einfach grössere und längere Passwörter und vor allem nicht die gleichen Passwörter für mehrere Accounts nutzen. Das wäre noch viel fataler als das mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weiter gehen wir mit nichts mehr für heute, denn das waren die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitnehmen, guten Tag starten und hoffe doch, dass wir uns morgen wieder hören. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.